Musik Was ihr wieder für Mist baut, dann wartet er sehnsüchtig auf den Abend. Und zum Beispiel hat er festgestellt, dass heute der Hochzeitstag von Jarl Abaddon und seinem Weib Ylva ist. Ja, 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 ja. Aber nicht nur das. Nein, Odin hat auch mitbekommen, dass ihr noch nicht genug getrunken habt heute. Außer vielleicht die, die mit dem Eselskarren fahren müssen. Die sollten sich zurückhalten. Aber Odin hat trotzdem Angst, dass vielleicht Hugin nicht zurückkommen könnte. Aber am meisten sorgt er sich um seinen Raben, den habe ich dort oben gesehen, Munin. Und nun für euch Hugin und Munin ist ein staunde Fahrrad. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Die Zeit, die wir hier sind auf dem Weg vor. Und da war's. Ich war's. Ich war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Böden für uns, wenn nicht bei der Glocke der Glocke in deinem Krieg怪. Die Oma, die Oma du'n Kürtel Ihr Freund, der Oma, die Oma, die Oma Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020